so nächster part wir gucken uns mal den spider bot an entgehe der gefangenname sammle daten verlasse den raum okay das ist unsere mission als spider bot wir werden da denke ich mal auch wieder paar mission oder ging jetzt gibt es da nur eine das ist schon eine große mission so eine ewige dauernde oder sowas die zuschauerung weiß ich nicht dass ich das gerade blind mit ihm nicht sorgen wird aber ungefähr so sein wie das anbieter bis das ist das daten sammeln so mit daten und den ausgang ja das ist wie das andere drohnen jagen spider-bots bilder fein zerstören drohnen dart magnet erhalten tippen und aktivieren ausgang geöffnet tippen und weiter okay einführung beendet also jetzt geht es erst richtig los also hier müssen wir mehrere daten paketen einsammeln und von diesen drohnen flüchten wenn ich es ist gerade richtig verstanden mit diesem port ich glaube ich werde den punkt ist einfach mal die ecke schieben so dass wir uns nicht weiter nervt um das wollen wir es aber wissen oder wie was ist das Quatsch. Okay. Durch da. Übertragung beendet. Nein, ich wollte es doch gar nicht überspringen. Mist. Dann guck ich es mir halt in der nächsten Mission mal an. Wie gesagt, ich mache immer so, ja, drei Missionen um den Dreh. Je nachdem. Wenn sie schnell gehen oder so, momentan wirkt das ja hier recht schnell, weil man hier sehr gut durchwaschen kann. Hilfe, es will mich töten. Hilfe, es will mich töten. Nein. Stress auf den Magnet. Damit hätte man sich die S wahrscheinlich viel einfacher machen können, aber... Downcare. So, jetzt gucken wir uns die Punkte natürlich auch an. Multiplikator 1,5. 1,25 Daten. Kein Treffer habe ich nicht freigeschaltet. Ja gut. Da sind wir die drei Punkte überbrochen. Wahrscheinlich, wenn wir keinen Treffer haben, dann kriegen wir da nochmal mehr. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Also für die Leute, die Blacklist haben, ein Android Handy oder einfach nur mal dieses Spiel testen wollen, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Es ist nicht schlecht. Gut, es gibt bessere Spiele, okay. Aber es ist wirklich nicht schlecht. So. So. Ich glaube, jetzt haben wir es ohne Schaden geschafft, oder? Ah, ich hätte eine Drohne eliminieren müssen. Schade. Schade, schade, Schokolade. So. Es ist nett. Weil ich glaube, ich werde dieses Spiel wahrscheinlich eher auf dem Handy weiterspielen, weil es dann deutlich einfacher ist als hier auf dem Rechner. Allein wegen dem Touchdingens und so. Ähm. Da ist ein neues Item. Das würde ich mir jetzt mal gern kurz angucken. Ach, ein EMP, okay. So. Jetzt habe ich aber auch alle getötet. Gucken, was jetzt kommt. Level, Multiplikator, kein Treffer, 16 Daten und 6 Drohnen eliminiert. Geheimnis, den gab es jetzt da nicht. Okay. Schade, aber... Ist halt so. Was will man da machen? Was will man da machen? So. Wie kann ich das jetzt aber verlassen? Bei dem anderen hatte ich ja mal eine Auswahl. Ach, das ist einfach so dauerhaft, oder wie? Wie weiter ich komme, umso besser. Bis ich einmal sterbe, oder wie? Bonusrunde. Wow. Aua. Ah. Ich hätte durchgehen sollen. Woher soll ich wissen, dass so ein Gitter nochmal von hinten kommt? Ja, Daten habe ich nicht geschafft. Keinen Treffer habe ich nicht geschafft. Das andere habe ich auch nicht geschafft. Nein. Geht das jetzt echt so lange, bis ich halt, ähm, komplett einmal totgegangen bin? Oder wieder will ich dies verstehen? So verstehst du mich grad. Haha. So. Autsch. Das war's mit den keinen Treffer. Autsch. So. Durch. Einfach durchrasen. Dann mache ich das jetzt einfach mal noch eine Zeit lang weiter, würde ich behaupten. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich tue es einfach mal. Gucken, was dabei so rauskommt. Hallo. Dreh dich bitte. Ja, oder so. Ach, man nimmt die Items sogar mit ins nächste Level, so wie es aussieht. Autsch. Und es trifft mich. Ah, meine Maus. Ich bin außerhalb, ich bin im anderen Bildschirm ist das Problem grad gewesen. Gibt es hier denn nichts um euch zu zerstören? Nö. Ich sehe nichts, um die Dinger zu zerstören. Okay, gehen wir durch. So, überspringen. Dann wollen wir das hier mal wirklich so ein bisschen waschen. Gucken, wann mich das Spiel dann umbringt. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schwieriger, finde ich. Ich müsste gucken, ob ich mal wieder so ein Grafik-Tablet am Laufen bekomme. Damit wäre es wahrscheinlich deutlich einfacher. So, auf. Oh Gott, ich darf nicht mal außerhalb des Bildschirms kommen. Da lang. Auf. Hahaha. Durch. Ja gut, also. Schwierig finde ich jetzt, also finde ich das jetzt hier nicht unbedingt grad. At the moment. 35.000 Punkte. Ich glaube, das ist auch nicht sonderlich viel. Da kann ich auf jeden Fall töten. Hi. Tschüss. Ja gut, ne. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt. Dann würde ich nämlich, ich glaube, die Ghostbiders mal von soem durch so spielen. Obwohl es hier natürlich extrem schwer wird. Muss ich zugeben. irgendwie... Bonusrunde ergänzen. Lauf. Bitte. Durch. Diesmal ist auch lebend durchgekommen. oh alter viel zu wenig wie man das auch immer anschauen soll wahrscheinlich soll man am besten in so ein bonuslevel mit so einem magneten reinkommen und dann einfach durchwaschen ist extrem schwierig mit der maus muss ich zugeben ich kann es nicht empfehlen spielt lieber auf ein handy auf dem android system so ich glaube auch nicht dass ich noch sonderlich lang leben werde was auch noch menschen ich bin voll da wie gesagt hier ist es gerade extrem blöd drauf zu klicken auf der rechten seite unten die fähigkeiten anzusetzen da müsste ich dann vielleicht doch lieber mit dem ich kann den auch wenn man jetzt ist auch dieser blaue der gelbe kreis unten weg falls ihr ihn überhaupt noch gesehen habt ich weiß es nicht je nachdem wie ich das spiel render nein 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 das hing ich da fest weil mit der maus weiter für minus 1000 nein dann gucken wir doch mal was wir so bekommen haben hier ist es 7000 punkte 35.000 münzen beenden ja steht hier halt auch eine punktzahl drin strike bot gibt es dann nur noch den werden wir uns jetzt gleich mal angucken aber ich glaube den können wir gar nicht spielen weil wir da und wahrscheinlich die ecke für brauchen nein ich habe noch viel zu wenig die hier die brille will ich auf jeden fall haben wo es eigentlich auch total uninteressant ist weil ich habe jetzt eigentlich gerade erst eine neue brille gekauft ich noch gar nicht getestet ab achso leute den strike bot alles eliminieren was sie bewegt den strike bot sehen wir aber erst im nächsten paar also bis dahin leute schau